So, also, wir haben uns vermehrt, ich und der Redbeard, klingt komisch, ist aber so. Hallo Wolfi! Hallo! So, Wolfi, ja und die Pets sind wir halt, die Pets sagen auch was. Wolfi, was bist du für ein Charakter? Ich bin der Pilz-Züchter da. Du bist ein, ich bin ein Zaubersporling, du bist ein, was steht unten bei dir? Unten links? Unter deinem... Er müsste ein Seelen-Ernter sein oder so, stand da. Ein Seelen-Ernter. Und Redbeard war ein... Äh... Ein Grab-Drachengeist. Ein Grab-Drachengeist, bist du sicher, dass das nicht der hier ist, der Drachengeist? Unter deinem Namen müsste was stehen. Ja, Grab-Drachengeist. Okay, dann bist du ein Grab-Drachengeist. Egal, wir haben beide Pilze, Wolfi macht auch eine Menge Gedöns. Ich würde sagen, wir erklimmen weiter diese Bohnenranke. Der Wolfi voran, du musst ja den Leuten mal zeigen, was du alles kannst. Aus was besteht, Wolfis Ding, denn... Genau. Aber der Grab-Spross, dadurch hat er ja auch so ein... Na, der hat so... Fliege-Pet. Der hat einen Pilz wie ich. Wenn ich hier bin, dann heißt das... Ja, ich bin da oben. Der hat ja kein zweites... Doch, da. Zwei Pilze laufen hier oben. Ja, jetzt habe ich aber zwei Pilze. Also, ein Pilz ist meiner. Der andere ist der weiße. Also haben wir hier jetzt zwei Pilze rumlaufen, zwei von diesen fliegenden Schädeln und einen Drachen. Richtig, das ist alles... Cool. Alles sehr fusselig. Schau, warte mal, wo müssen wir hin? Wolfi, du hast hier wahrscheinlich gar keine Quests, oder? Vermutlich. Nee, da habe ich, glaube ich, nichts. Kann man die teilen, die wir hier haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, theoretisch müssten wir in Wolfi sein Spiel rein. Achso. Naja, gut, jetzt ist der Wolfi hier. Gut. Ne, da kann er mitmachen. Los geht's. Attacke. Attacke. Aber wenn wir in Wolfi sein ins Reihen gehen, dann wirft uns das ja zurück. Ich überlege schon... Wir haben ja alles. Ja. Wir verhelfen Wolfi sozusagen auf unser Level dann. Ah, das schafft der Wolfi alleine, Redbier. Das kriegt er hin. Das ist... Glaub ich auch, dass er es alleine schafft. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was wir überhaupt machen sollen. Es ist wahrlich, an einem Ort zu leben, an dem absolut nichts Außergewöhnliches passiert. Hätte überhaupt... Hörst du den... Hörst du den auch quatschen? Ja. Oh, irgendwas passiert hier. Das war ich. Und bin ich verreckt? Was hast du gemacht? Was? Das war das für ein Geräusch. Was hast du gemacht? Du hast mich umgebracht. Habe ich nie gemacht. Mach das mal nochmal unter mir. Ich dachte, es gibt keinen Friendly Fire. Nee, ich habe da auf den Dings da oben geschossen. Da war ein Fass. Ah, da hast du das. Ach so, du hast das Fass neben mir in die Luft gejagt. Okay, das ist natürlich... Ja. So kann man einen natürlich umbringen. Das ist richtig. Ja, ich bin so produktiv. Nein, du hast das super gemacht, Wolfi. Äh, was war da oben? Ich überlege gerade, wo wir hier langtingeln. Sind wir hier... So, hier war ein Lootwürfel. Okay. Ich weiß wieder, was da oben war. Wo ist ein Lootwürfel? Sind wir hier... Nein, da war ein Lootwürfel. Wir sind hier richtig. Wir müssen da hoch. Irgendwie. Was machst du denn da, Wolfi? Äh, Dinge. Wolfi hat Spaß mit Fässern. Ja, und sterbe jetzt selber fast. Weil, wann kann es sein, dass wir hier rauf müssen? Hier ist auch... Jetzt heißt es du und ich gegen die Welt. Mein Pilzfreund. So ungefähr? Ja, das kann sein. Mein Pilz ist aufgetaucht. Genau, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, ja, hier sind wir richtig. Ich gehe mal kurz hier unten drunter ein bisschen gucken. Was mich irritiert, dass hier keine Gegner sind. Oh, komm, bestimmt noch. Und, ist da noch was? Äh, nö. Okay. Wo ist unser Wolfi? Ich lauf euch nach. Wie ist das mit dem Spiel? Das müsste ja eigentlich... Müsste ja eigentlich anpassen, ne? Also die Schwierigkeitsgrade. Äh, das glaub ich nicht mal. Wie, du meinst, das bleibt genauso schwierig? Also es wird leichter? Äh, ja. Hier ist ein Sprung... Achtet eigentlich irgendjemand auf meine Tragekapazität? Keine Ahnung. Ich nehme das mal. Mal gucken, wo es hingeht. Äh, oh Gott. Oh Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Loot-Würfel. Loot! Oh, der Glücksfaktor steigt. Und, was ist das? Ja, ich weiß nicht, was gut ist. Schusswaffen-Magazin-Größe? Naja. Ist jetzt alles nicht so pralle. Wenn man... Redbeard... Achso, das ist Wolfi. Äh. Ich versuch gerade. Schutz, Regenerationsrate, Fähigkeiten, Crit-Chance. Äh. Braucht ich. Aber nehmen wir mal mit zum Verkaufen. Also dein und mein Pilz scheinen sich gut zu verstehen, Wolfi. Ja. Reden die miteinander. Ich weiß nicht, die standen nebeneinander und haben irgendwie... Hä? Hä? Wer ist der Scheiße? Ja, nicht, dass man auf einmal drei haben will, dass ich mich vermehren. Ich dachte, Pilze wären arg geschlechtlich. Das ist blöd, das ist blöd. Ist dir auch passiert, ja? Du bist auch in das Dings gehopst, ne? In den Strahl da. Hallo, Wolfi. Hallo. So, dann nochmal von vorne. Welchen Strahl seid ihr denn gehüpft? Den hast du gar nicht gesehen. Da war so, ähm... Da war so ein Luftstrahl. Der pustete einen in den Abgrund. Ah, okay. Den hast du dezent... ...nicht mitgekriegt. Also du hast es gerade so geschafft, aber hinter dir ist der angegangen. Ah, okay, gut. Den hatte ich ja Glück. So, jetzt ist er weg. Brauch mich nicht. So, mein Pilz ist wieder... ...du hast ja gleich den nächsten Hopsa genommen, ne? Ach nee, da bist du ja. Da kommt Wolfi. Ja, der Hopsa, der führt ja nur wieder zurück. Und was machen wir hier? Äh, hier war eine Waffengüste. Wo? Hier, hier bei mir. Achso, die habe ich ignoriert, weil nur grüner Krempel drin lag. Achso, das kann ich verstehen. So, das heißt, hier war nix. Kommen wir gleich wieder zurück. Wann angelt der Angler wo hinfüllen? Weiß ich nicht. Demnächst. Pam. So, das war aber nicht das, wo wir lang mussten, ne? Ne, wir müssen hier weiter hoch. Ah ja, okay. Das wird die erste Borderlands-Folge, in der kein einziger Schuss abgegeben wird. Naja, es ist ein Flieger. Da ist einer. Ah, da ist ein Gegner, ja! Halt doch mal still, mein Freund. Schießt ja gleich mit dem Raketwerfer drauf. Da hat es ihn zerrissen. Und mit dem ganzen Loot. Was, der ist mit dem Loot? Ach, der ist ein bisschen scharf, oder was ist das? Ja, hier gibt es hin und wieder mal scharf. Müssen wir da runter? Ich bin mir nicht sicher. Ist der Loot komplett abgestürzt? Ich glaube, ja. Müssen wir hier runter, oder nicht? Schade. Werden wir rausfinden. Ja, wir müssen hier runter. Oh, eine Lootkiste. Ein Schlag-Wolkenbruch-Bogenschwall. Okay, den müssen wir mal ausprobieren kurz. Ja, nein. Ich muss kurz den Schlag-Wolkenbruch-Bogenschwall ausprobieren. So, es folgt der Schlag-Wolkenbruch-Bogenschwall. So, es folgt der Schlag-Wolkenbruch-Bogenfall. So, es folgt der Schlag-Wolkenbruch-Bogenfall. Interessant. Auf jeden Fall kann man da mehrere von machen. Das finde ich schon mal gut. So. Hier rüber, glaube ich, ne? Ja, jup. Kannst du das Schaf auch erschießen? Nee, die sind unkaputtbar. Sollen wir hier richtig, glaube ich, ja, oder? Ja, wir müssen hier richtig rein. Oh, da hinten ist ein Schloss. Ein Schloss! Ich gucke mich hier aber mal genauer um. Ich bin mir sehr verwinkelt hier. Ein Schlüsschen. Hier müssen wir jetzt gar nicht genau lang. Äh, ja, da wo... Also hier, wo Wolfel langgegangen ist, müssen wir lang. Genau. Ich hab da einen Marker drüber. Ach, du hast den Quest, also doch, ja? Ja, also du hast die... Du kriegst die Quest jetzt quasi auch. Ah, das ist gut. Schau, was will er jetzt von uns? Äh, Folge Ron... Wer soll denn ihm folgen? Der heißt nicht Don Quixote, der heißt Ron Rivotte. Du bist zu sehr auf das Weltliche bedacht. Dies ist eine Mission. Für die Liebe. Für die Liebe. Und eine zum Versteck des Zyklopens. Und vergiss nie, wie langschaftlich schöne Rute zahlen. Ich hab den Zyklopen gefunden. Kurz, Knappe. Wo denn? Guck mal auf den Uhrenturm. Ich seh da nur einen Hahn. Hase. Nein, guck dir mal den Turm allgemein an. Aha, das ist ein Zyklop? Er denkt es zumindest, ja. Er kämpft ja gegen Windmühlen bekanntermaßen, ne? Ja, und jetzt gegen Uhrenturm. Die Uhr ist das Auge und der Mund ist... Ah, wir werden angegriffen. Blauzi! Alles tot. Ich seh nix mehr. Ich glaub, ich bin aufhört zu schießen. Ne, da ist tatsächlich noch was. Okay, das find ich cool. Also das Ding hier ist, äh, nett. Blauz, blauz. Hey, das ist sofort ein Pilz. Ich wollt grad sagen, äh, das Problem bei unseren Pilzen ist, die sehen aus wie die Gegner. Ja. Welcher, welcher ist denn? Keine Ahnung. Ich schieß einfach irgendwo rum und wenn Schaden... Schaden auftaucht, dann weiß ich, was ist die richtige Richtung. Siehst du den Riesen mit deinem Auge etwa nicht? Er ist doch direkt vor dir! Ja, ja, der Riese ist toll. Immerhin hat er ja Zähne. Oh, der haut aber ganz schön zu. Wer denn? Wo seid ihr denn? Ron Rebote. Er kämpft aber so rein. Ach, Redbeard ist hier und du bist... Du guckst denen alles klar. Huch, ich werd' da angegriffen. Wir übersturmen. Ach, danke. Ich wüsste ja nicht mehr hier. Es sind zu viele Pilze hier. Da lässt einen fahren und dann passt das. Warte, wie lässt du einen fahren? Der Pilz lässt einen fahren und dann ist es schon gut. Ach so, wie zufrieden bist du eigentlich mit dem Pilz? Weil ich hab' deine Klasse quasi als mein Zweitcharakter. Also so als Erblenkung ist er auf alle Fälle gut. Und der kann mich ja wieder beleben. Ach, okay. Okay, das ist vielleicht in meinem Falle gar nicht mehr schlecht. Ja, ja, der Zyklop ist erzürnt. Es ist wohl besser, den gefährlichen Spinner vorläufig bei Laune zu halten. Nimm das, Zyklop! So, sollen wir den jetzt echt angreifen? Tatsache. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Oh, ja. Juhu. Zum Bergfried. Oh, hier ist ne Waffenkiste. Kapsch, 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 kapsch. Probleme mit meinen Sachen. Was hast du, Probleme? Ja, zu viel. Bebend Eruption der scheidenden Wolken. Okay. Och, das probieren wir mal aus. Bebend Operation der... Ihhh, nee. Was ist das? Was hast du gesehen? Was hast du gemacht? Hier, warte mal, nochmal. Achtung, was passiert denn bei mir? Äh, du machst so ne Art Schockwelle? Das wird nicht blöd. Würde ich das behaupten? Dann nehmen wir lieber den Wolkenbruch, der war irgendwie effektiv. Das kann aber nützlich sein, glaube ich. Um dir die Feinde vom Leib zu halten. Oh, was habt ihr denn da? Ja, aber dafür bist du ja da. Oder nicht? Ich? Oder Wolfi? Suppen! Was? Suppen? Attacke! Wirbelstürme! Oh, schön. Ach, das ist einer von dem Sporenfuzzi, die, äh... Ja, das kräft einfach alles, was da noch irgendwo feindlich ist. Ah. Kann man, kann man dem den, das Maul stopfen? Äh, hier, hier drinnen, ähm, ähm, Loot-Dingsbums. Oh, da ist sogar was, irgendwie, Frostschaden, ja, wenn ich mal Frostschaden machen würde, wäre das sicherlich toll. Und der Leidenschaft abzuschwören, das ist der Wahnsinn. Äh... Ich hab aber was mitgebracht, ja? Ach, und mein Widerwirbel. Ratschel. Ich glaub, das war's, oder? Ja. Hier haben wir nix, da haben wir auch nix, da haben wir auch nix. Oh, was ist das hier? Hört ihr das eigentlich auch so perne transsummen, oder hab ich nen Tinnitus? Ne, das hör ich auch. Ja, da ist irgendwo was. Ah, ich hab's gefunden. Oh Mann, ich hatte mich so darauf gefreut, eine echte Prinzessin zu geben! Wie mach ich das dicht? Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Alles klar. Prinzessin, ich nehm dich mit. Was ist das, Sirene? Ich weiß ehrlich, was war da, was war das? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich hab ne Puppe aufgenommen. Elektrischer Toe! Das soll eine Prinzessin gewesen sein. Prinzessin, alles klar. Elektrisch mach ich das. Ah, Wolfi. Wolfi macht Blitze. So, warte mal, was, das war das? Da hinten ist aber noch irgendwas. Genau da, wo du drauf geschossen hast. Das war mal da. Okay, hier ist nix, das sah nur so aus. Aber knappe! Bist du blind, dass du diese einfache Magd für eine Prinzessin hast? Äh, wir haben hier aber noch... Warte mal, was haben wir denn hier noch für Quests? Sorge für das Wiedersehen von Ronne und der Prinzessin. Hast du das grad gemacht? Äh, ja. Die echte? Jetzt soll ich hier zurück, oder wie? Das war aber die falsche Prinzessin. Das war auch nur ne Puppe. Ich will das Benehmen meines knappen Schuhen. Äh, hier kommen gerade neue Pilze raus. Äh, hu. War wieder hier weg. Äh. Wo ist der große Pilz? Der läuft da drinnen rum, okay. Jawohl, guck drum an. Ah, da ist ein Besen. Wow. Was? Ein Besen? Ja, ich hab ne Besen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, okay. Was denn? Also statt eine Puppe ist ein Besen, liebe Prinzessin. Macht auch viel mehr Sinn. Du mir, beeile dich. Hast du endlich die Prinzessin? Hey, hier ist sie. Glaube ich. Oh. War auch wahrscheinlich die richtige. Na das Ende unserer Mission. Doch, was ist das? Der Zyklop scheint erwacht zu sein. Und ist nicht gut, auf uns zu sprechen. Nein, der Zyklop. Der gut zu den gärtnerischen Gesellen. Komm, Knappe, zu den Wappen. Die gärtnerischen Gesellen. Erinnert mich jetzt irgendwie an Spongebob. Pom, pom. Keine Ahnung, ich schieße da einfach mal in der Gegend rum. Was sind denn hier meine Pilze und was sind nicht meine? Was sind denn die Zyklop steuerte und mich an unsere erste Begegnung erinnerte? Als mein Auge dich erblickte. Da war ich ja wieder in der Gegend rum. Ja. Du hast mich glatt weggepickt. Gefällt es dir? Du findest es furchtbar, oder? Da mit seiner Prinzessin, auf was schießt ihr denn da? Da ist doch gar nichts mehr, oder? Da oben ist was Böses. Wo? Ach, da. Ist es tot? Ja. Ja, hält nicht viel aus. Plautschi, Plautschi. Haben wir sie alle? Na, fast. Ich wollte gerade sagen, hält der auch mal die Klappe? Wollen wir ihn hauen, oder wollen wir ihn seine Liebe gestehen lassen? Nein, lass ihn mal seine Liebe gestehen. Er ist so zart. Nee, ich wollte sagen, richtig, dass ich die Haare schneiden lasse. Was es auch ist, ich finde es reizend. So, jetzt hat er die Liebe gestanden. Nee, es geht nur weiter. Ich muss mir mal Wolfi genau angucken. Halt mal still, Wolfi. Wolfi, du siehst ja richtig gefährlich aus. Ja. Nicht ganz so schief. Ja, die Katzenohren sind ein bisschen... Das heißt, Katzenohren sind es in den richtigen Ohren. Ja, ich hör besser. Ist er jetzt? Entkomme mit Don... 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 Donri Wotte. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten, was? Wie entkommen wir denn? Er rennt mit dem Besen voran. Ja. Er hat mich nicht gewundert, wenn er mit dem Besen weggeflogen wäre. Bald wirst du mir dienen. Ihr werdet mir alle dienen. Knappe. Deine Mission ist abgeschlossen. Und doch gestehe ich, dass unsere gerade erst beginnt. Wir müssen dich jetzt verlassen. Das Abenteuer mit Namen Liebe ruft. Oh je. Merkt hier, was er dich lehrte. Und du wirst es weit bringen. Die Welt steckt voller Abenteuer. Man muss nur seine Augen und sein Herz öffnen, um ihre Wunder zu entdecken. Nun, lass uns Abschied nehmen, Knappe. Denn ich muss fort. Schließlich lässt ein Ritter eine Prinzessin niemals warten. Sehr gut. Achso, jetzt müssen wir ihm nochmal anquatscheln. Na, dann geh. Ich wünsche euch beiden einen Haufen Glück. Und? Belohnung? Abenteuer! Kumpel, bist du da? Okay. Schweig, wenn dir nichts passiert ist. Ist der noch am Leben? Jupp. Glaubst du das? Betrieb die Wagtzahn, untersuche die Kathedrale, sprich mit Zoll. Was ist denn hier überhaupt noch in der Nähe? Oder hier in diesem Gebiet? Äh, theoretisch müssten wir hier noch eine im Gebiet haben. Frage nur, ja, wir haben hier noch, äh, warte mal, irgendwie konnte man doch hier auch durchschalten durch die Quests. Wie ging denn das, wenn ich in der Karte bin? Ne, so nicht. Äh, also hier oben haben wir noch eine, untersuche die Kathedrale. Ja, na, dann machen wir das doch, oder? Und sonst haben wir in diesem Gebiet keine mehr. Gut, dann besuchen wir mal, untersuchen wir mal die Kathedrale. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Ja. Äh, ja. Mordkirche. Du hättest dich dunken sollen! Oder blocken! Kein Tag, aber nicht sterben! Jihihi. Bratzel, Brutzel. Das war eine schöne Waffe, aber mir gefällt die andere besser. Britzel. Das ist aber schon interessant, was der macht. Der hatte keinen Spaß. Ne. Lawinen, Nachtschatten des Windes. Aha. Ja, die mögen zwar jetzt so quasi die Granaten sein, die Zaubersprüche, aber sie sind doch irgendwie stärker, ne? Also, weil sie sich halt aufladen. Oh, ich glaube mal. Juhu. Hehehe. Britz, Bratz, Brutz. Gewitter. Ach, das ist gar nicht unser Vogel. Ist okay. 24. Ich den voll auflade, platzen die sofort. Oh, was schießt ihr? Ach, da oben noch. Das geht ja. Okay. 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 So, der ist runter. Oh, was schießt ihr denn da? Oh. Auf den da. Okay. Tss. Extrem cool. Ich steig mal kurz auf. Ihr macht das ja gerade in der Zwischenzeit, ne? Dann gehen wir mal hier einen Punkt rein. Kritische Waffentreffer haben eine Chance, alle sofort. Au. Was haut mich da? Ja, Fleisch für den Woll. Kommt so rum. Was nicht? Verdammt. Zu spät. Ach, egal. Ist er down? Der Flieger ist down, ja. Und dann läuft hier kein Feind mehr rum. Ich bin da wie ein Eichhörter. So, ich habe mein Ulti, also in einem Baum, erreicht. Oh. Ab jetzt setzen kritische Treffer von meinen Waffen alle Zauber sofort zurück. Kann ich quasi dauer zaubern. Also, wenn ich einen Gegner habe. So, wir sind in der Kathedrale, die übrigens sehr schick aussieht. Pratschel, Prutschel. Ja, ein Dexel, aber süß, was hier. Was? Das sind ja Gegner. Zip. Das Zurücksetzen ist ja der Hammer. Was hast du gegessen? Danke. Aber ist er? Jo. Echte Magie sind die tagtäglichen, meisterhaften Wortkreationen... Oh, ich habe eine Waffenkiste gefunden. Sehr gut. Komme gleich. Schau, wo ist die Waffenkiste? Kommen wir zum Eingang der Kategorale? Wolfi, Waffenkiste. Ich bin schon da. Oh, ne, hier ist ja... Hier ist ja nur Mumpads drin. Das wollen wir nicht. Ich habe ein gutes Ding gesehen. Äh, sag mal, was ist das hier? Seht ihr das? Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Ich habe nichts gesehen, wieso? Was hast du nicht mitgekriegt hier? Achso. Ne, wieso? Oh. Wo ist das denn da? Du siehst das nicht? Siehst du hier keinen Loot? Ich bin ja nicht mal da. Achso. So. Achso, hier. Gut. Hier war ein Dings hinter, also ein Würfel. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ne, der war auch irgendwie verdeckt. Der war durch so eine schimmernde Wand, die muss man erst einhauen. Was ist das hier? Ne, das kennen wir schon. Wer schießt mich hier an? Irgendwer schießt hier auf mich. Wir hören den Gegner. Ich bin so ein Sturm. Britschel, Bratschel. Oh, da verliert auch wieder die mir. Naja. Nichts Tolles, muss man sagen. Was soll man jetzt hier machen? Die Blume antitschen? Ach, die, äh, die Fee. Was ist hier jetzt passiert? Kaputschki. Das ist gar nicht. Das ist sehr zertifiziert. Man merkt aber, äh, naja, wobei, wir sind eigentlich alles Zauberer, ne? Mehr oder weniger. Dahinten kommt auch noch einer. Bratschel. Mord und Totschlag. Lebt noch wer? Tod und Mordschlag. Wie böse Kerle? Wie böse Kerle? Was war das vorher? Was war das? Ich hab keine Ahnung, ich seh nichts. Der Hauptgefeind hat sich festgelegt. Nee. Laser weg. Jetzt. Wow. Sieh nichts mehr. Die gehen auf den Pilz oder was? Nein, ich hab kein... ...können Inventar mehr. Was hast du nicht mehr? Kein Platz mehr? Kein Platz. Wo ist er hin? Bleib doch mal hier, du Freak. Wo ist er hin? Ja. Gibt es heute Abend ein extra leckerli. Also ein... Kannst weiter gehen? Ein extra leckerli. So, was hat er gesagt? Was soll man machen? Äh, wir sollen zur Burg. Ich dachte, wir sind hier in der... Da soll irgendwo noch so eine Blume sein. Nein, wir sind hier in der Kathedrale. Kathedrale, Burg, ist alles dasselbe. So, warte mal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir lang? Hier nicht. Da geht's irgendwie runter. Ich seh da einen Punkt. Ich seh auch einen Punkt. Das ist eine Frage, wie wir da hinkommen. In dem... Äh, hier. Hier, 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 hier. Ähm, kommt mal zurück. Geht mal nochmal hier an den Hauptdingens. Hier. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Hast du gerade blaue Sachen weggeschmissen, Wolfi? Ja. Wo, wo ist ein Redbeard? Ich guck mich gerade ein bisschen um. Okay, warte mal, dann schau ich... ...de ein Redbeard gerade guckt. Guck ich auch mal ganz kurz hier. Äh, was haben wir denn hier? Kann ja sein, dass hier noch irgendwo was ist. Ähm, Feuerschaden, Zauberschaden, naja... So, da vorne ist noch ein Gegner. Blitzschaden, Spurenhüterkraft. Beuteglück. Zauberschusskraft. Frostschaden. Mach ich leider keinen. Ich habe so viele Zauberradios. Kritische Zaubertrefferchance. Zauberschaden. Nahkampfschaden sicherlich nicht. Ja! Kritische Nahkampfschaden, Pistolen nachher, das ist ja auch blöd. Was machst du denn da, Wolfi? Auch, nein. Was, kaufen? Verkaufen. Ach so. Oh, ich habe einen Blutwürfel gefunden. Blutwürfel, ich bin noch in deiner Nähe, Redbeard. Ich bin noch bei dir. Ne, wie bist du da oben reingekommen? Was zeige ich dir? Ne, da oben ist Wolfi. Da ist Redbeard. Hallo. Wo ist Wolfi? Der ist auch da irgendwo. Ah, ich bin gerade beim Verkaufen. Ach da, alles klar. Oh.